Herzlich willkommen zurück im Microsoft Flight Simulator und ihr seht, wir haben ein neues Flugzeug. Die ATR 42 bzw. ATR 72 ist jetzt im Sinn erhältlich und passend dazu machen wir heute einen Beispielflug von Paderborn auf die schöne Insel Sylt mit der größeren Variante der ATR 72 und passend dazu haben wir uns auch eine Nübeck-Air-Lackierung installiert. Vorneweg, auch für mich ist das Flugzeug noch relativ neu, es kann also durchaus mal passieren, dass wir hier und da was vergessen oder ich auch im Nachhinein noch die ein oder andere Anmerkung mache. Ansonsten versuche ich euch jetzt aber mit einer guten Mischung aus Infos und nicht zu langartig zu zeigen, wie man so ein Turboprop fliegen kann. Lasst uns also direkt loslegen und ins Cockpit hüpfen. Im Cockpit angekommen sollte alles im Cold & Dark State sein, falls das nicht der Fall ist, dann geht ihr einmal hier auf die Aircraft-Page und dann könnt ihr hier den Cold & Dark State auswählen und dann könnt ihr hier auch direkt, wenn ihr eh schon auf der Seite seid, einmal auswählen, was ihr gerne so an Ground-Equipment haben möchtet, ob ihr zum Beispiel nämlich eine Ground-Power haben möchtet, in unserem Fall haben wir eine. Ansonsten würden wir unser zweites Triebwerk jetzt gleich als APU verwenden, das gucken wir uns dann aber später zusammen an und dann checken wir einmal, dass unser Fahrwerk in der Down-Position ist, das ist der Fall und auch unsere Parkbremse ist gesetzt. Damit können wir also den Flieger jetzt starten, dazu gehen wir ins Overhead-Panel, einmal die Batterie hier oben auf On stellen, den Garden-Switch, den können wir so lassen, wie er ist, wir können auch so problemlos den Batterieschalter einschalten, dann hört ihr im Hintergrund schon, die ersten Systeme fahren hoch und wir nehmen jetzt direkt unsere External-Power mit drauf, sowohl hier oben am AC-Wide-Power-Panel als auch hier in der Main-Electric neben den DC-Generators. Sobald wir die beiden angemacht haben, können wir uns dran machen, unsere Fire-Protection zu überprüfen. Wir arbeiten uns jetzt also wieder systematisch von oben links nach unten rechts durch das Overhead-Panel, schauen, ob hier alles so funktioniert, wie es soll. Wenn wir das nach unten schalten, sollen wir hier die Fault-Lights sehen, das ist der Fall und wenn wir es nach oben schalten, kommt die Fire-Warning. Ansonsten, unsere Engine-Pumps sind aktuell noch auf Off, das ist aber auch okay so. Dann können wir hier unten schon mal die Lichter vorschalten, die Nuff-Lights sind schon an, das Beacon-Light brauchen wir jetzt für den Anfang noch nicht. Das können wir auslassen. Dann schalten wir unsere Propeller-Break schon mal auf On, die werden wir nachher brauchen, da komme ich aber auch später nochmal zu. Und ansonsten schaut es hier in dem Panel okay aus, die DC-Generators sind noch aus, das ist aber auch normal, genauso wie die Hydraulikpumpen hier oben. Das können wir erstmal so lassen. Dann schalten wir auch schon mal das Windshield-Heading an. Und hier unten können wir die No-Portable-Devices und die Seed-Belt-Signs einschalten und die Emergency-Exit-Lights werden einmal gearmt. Hier auf der rechten Seite haben wir noch ein paar Fault-Lights an unseren Engine-Bleads und an den Packs, weil da momentan logischerweise noch keine Luft ankommt. Und dann gehen wir hier oben noch einmal zum Oxygen-Panel, machen auch hier den Cruise-Supply einmal an und testen auch hier die Fire-Protection für den rechten Propeller. Funktioniert aber genauso einwandfrei. Als nächstes checken wir einmal, dass unser Gast-Lock gesetzt ist. Das ist dieser Hebel hier, der muss auch in der Position sein. Und der saugt dafür, dass jetzt durch etwaige Böen hier im Flughafen oder sowas unsere Flight-Controls nicht beschädigt werden. Die müssen wir dann später nachher noch lösen, bevor wir unseren Take-Off machen. Aber jetzt für hier am Boden ist das hier die richtige Position. Danach schauen wir uns einmal das Wetter an für den heutigen Flug, beziehungsweise jetzt erstmal für unseren Departure-Airport. In Paderborn haben wir aktuell westlichen Wind, 270 Grad mit 7 Knoten, bisschen variabel, leicht bewölkt auf 1700 Fuß und aktuell 5 Grad Außentemperatur mit einem QNH von 1018. Dieses QNH von 1018 können wir uns gleich einmal einstellen. Und zwar machen wir dazu den Yoke beiseite. Und dann können wir hier bei Barro einmal 1018 eindrehen. Wir drehen so lange, bis wir dann hier das entsprechende QNH oder Ultimeter-Setting erreicht haben, was wir haben wollen. Und wie gesagt, wenn es nötig wäre, würden wir dann jetzt unseren Propeller Nummer 2 starten, mit der Propeller-Break an, um uns darüber mit Strom zu versorgen. Wir haben jetzt die X-Turtle Power dran, können wir uns also für den Moment noch sparen. Wir machen das dann später. Den Oxygen haben wir eingeschaltet. Wir testen natürlich auch nochmal die Oxygen-Masks, indem wir hier auf den Test-Button drücken. Das hat alles wunderbar funktioniert. Und als nächstes beladen wir unser Flugzeug. Dafür gehen wir einmal hier oben auf die Gewichtspage. Falls ihr die nicht habt, müsst ihr hier einmal auf das Zahnrad gehen, ein Stückchen nach unten scrollen und das dann aktivieren. Für unseren heutigen Flug sollen wir 2,1 Tonnen Sprit mitnehmen. Hier unten könnt ihr mal sehen, was wir momentan tatsächlich drin haben. Und jetzt passen wir das halt so an, dass wir ungefähr den Wert haben, den wir haben wollen. 2096 Kilogramm passt ziemlich genau. Und dann stellen wir noch einmal unsere Nutzlast ein. Wir haben heute 6.260 Kilogramm geplant. Das ist dann die Zeile einmal unter dem Fuel. Das heißt, da müssen wir hier einmal gucken, dass wir ungefähr den Wert erreicht haben. 6.290 Kilogramm, das passt. Und dann seht ihr jetzt, unser Flugzeug wiegt insgesamt 21.396 Kilogramm. Wenn wir jetzt von unserem Gesamtgewicht den Treibstoff einmal abziehen, dann haben wir unser Zero-Fuel-Weight. Und diese zwei Gewichte, also den Treibstoff und das Zero-Fuel-Weight, können wir uns schon mal merken, weil die brauchen wir dann gleich in unserem Flight-Computer. Wenn wir das dann alles so reingeladen haben, können wir das Fenster hier wieder schließen. Gucken auch hier einmal auf der Payload-Page, dass das entsprechend angekommen ist. Und wenn das der Fall ist, dann können wir uns dran machen, unsere MCDU vorzubereiten. Hier haben wir jetzt zum einen die Möglichkeit, zwischen FMS 1 und FMS 2 zu wählen. Der Kapitän nimmt normalerweise FMS 1, der Co-Pilot FMS 2. Und hier haben wir noch das RMS, das Radio-Management-System. Das gucken wir uns dann im Laufe der MCDU-Vorbereitung dann auch noch zusammen an. Wir gehen jetzt erstmal auf FMS 1, gucken, dass hier der richtige Flugzeugtyp hinterlegt ist, dass die Datenbank noch okay ist und dass wir hier zum einen Config-Data-OK und hier auch Nav-Data-OK stehen haben. Beides ist der Fall. Dann können wir mit der Indiz-Seite weitermachen. Wir haben hier das aktuelle Datum, die aktuelle Uhrzeit einmal gecheckt. Das ist der Fall. Zeitdifferenz momentan zwei Stunden. Dann haben wir auch hier die richtige Lokalzeit. Und jetzt gehen wir hier auf Weight und geben die eben angesprochenen Gewichte ein. Wir haben also einen Zero-Fuel-Weight von 19.300 kg und einen Fuel-On-Board von 2.096 kg. Daraus kann der Flieger jetzt errechnen, was er tatsächlich für ein Gewicht hat. Und ihr könnt sehen, das stimmt genau mit dem überein, was uns auch die Gewichtspage eben gesagt hat. Unser Take-Off-Trim bei dem aktuellen Schwerpunkt 0,9 ab. Das können wir auch nochmal hier mit unserem Tablet vergleichen. Ihr seht 0,9 ab. Und wenn wir hier ganz faul sind, drücken wir einfach auf Set. Dann ist unser Take-Off-Trim direkt gesetzt. Und das können wir dann auch hier oben in der Indication einmal sehen. Als nächstes gehen wir hier wieder zurück. Und dann hat man früher auf der Position-Init-Seite das IIS immer einmal aligned, indem man hier die GPS-Position eingetragen hat. Macht man mittlerweile nicht mehr, braucht man auch nicht mehr. Da können wir also wieder rausgehen. Wenn die NAV-Daten ansonsten okay sind, was wir einmal gecheckt haben, dann können wir hier auf Flight Plan gehen. Dann unter Route. Hier hätten wir noch die Möglichkeit, ein Secondary Flight Plan einzugeben. Und dann geben wir als allererstes hier oben rechts unsere Flugnummer ein. Wir fliegen mit der Air Lübeck. Das ist Mike Mike Delta 2 Alpha Charlie. So ist unser Call Sign heute. Wichtig ist auch da nicht die Flugnummer einzugeben, sondern wirklich unser Call Sign. Weil das dann nachher auch über den Mode Sierra Transponder an die Lotsen weitergegeben wird. Wir starten heute in Paderborn-Lippstadt. Das ist EDLP. Und fliegen nach Westerland-Sylt. Das ist EDXW. Geben das in dieser Formatierung einmal ein. Und klicken dann hier neben From und To. Drücken auf Execute. Und dann seht ihr, kommen wir direkt auf die Flight Plan Page. Das mit dem Execute kommt uns ja auch aus der Boeing schon bekannt vor. Damit bestätigen wir also nochmal unsere Eingabe. Und sobald wir Execute gedrückt haben, wird das vom Flight Management System dann auch automatisch übernommen. Dann wollen wir in Paderborn starten. Bei westlichem Wind, haben wir gesagt. Also auf der Runway 24. Über die Warburg One Whisky Departure. Und wenn wir die ausgewählt haben, bestätigen wir auch das einmal mit dem Execute Button. Und dann seht ihr, haben wir hier die ganzen Wegpunkte. Wir fliegen also auf 1100 Fuß. Dann nach Lima Papa 205. Mit so einem kleinen Dreieck hinten dran. Das bedeutet, dass das ein Overfly Waypoint ist. Und dann geht es weiter über Lima Papa 202 nach Warburg. Von Warburg aus möchten wir dann weiterfliegen. Wir können entweder direkt in der FlightPlan-Page einen Wegpunkt hinten dran hängen. Wir können einen nächsten Wegpunkt hier eingeben. Oder wir können einen Airway hier eingeben. Alternativ zum Airway eingeben ist, wir klicken einmal rechts daneben. Dann bekommen wir automatisch alle Airways vorgeschlagen, die hier von unserem Endpunkt der Departure Route aus losgehen. Wir möchten jetzt den Airway November 850 benutzen. Ihr seht, der wird auch direkt übernommen. Und bei dem Two-Waypoint, wo wir also die Luftstraße wieder verlassen, funktioniert es genauso. Wir klicken einmal rechts daneben. Dann kommen wir hier in die Übersichtsseite und suchen uns jetzt einmal den Wegpunkt aus, den wir gerne haben möchten. Mit den Previous und Next Döpfen hier könnt ihr die Seiten noch hin und her wechseln. Ihr seht, wir sind jetzt auf Seite 2 von 6 momentan. Und wir möchten die Luftstraße beim Wegpunkt Elsop verlassen. Und so machen wir das jetzt prinzipiell weiter. Wir klicken wieder auf Wire, weil es jetzt für uns auf die nächste Luftstraße geht. Und zwar auf Papa 9992. Und das Ganze möchten wir fliegen bis zum Wegpunkt Bardos. Von Bardos aus möchten wir auf den Airway Zulu 441 und den möchten wir dann am Wegpunkt Oldip verlassen. Wenn wir das gemacht haben, alle Wegpunkte drin haben, die wir drin haben wollen, dann drücken wir auf Execute, können zurückgehen. Und dann haben wir jetzt hier auf der Flightplane Page nicht nur unsere Departure Route drin, sondern haben auch hier die Endroad Wegpunkte mit den Luftstraßen bis zum Wegpunkt Oldip. Dann möchten wir in Sylt eine Arrival fliegen. Wir haben in Sylt nördlichen Wind, das habe ich schon mal nachgeguckt. Deswegen wird es ein ALS Approach für die Runway 3-2. Arrivals gibt es hier in Sylt keine, aber wir können bei Wire einmal daneben klicken. Und über Oldip möchten wir nämlich nachher auf unsere Procedure draufgehen. Wenn wir das drin haben, drücken wir auf Execute. Und dann gucken wir noch einmal, dass hier keine Unterbrechungen im Flugplan drin sind, dass hier keine falschen Wegpunkte drin sind. Das schaut aber gut aus. Bis zur Runway 3-2 haben wir das Routing hinterlegt. Und dann hier in blau folgt das Missed Approach Procedure. Als nächstes gehen wir hier auf die Performance Page. Dann seht ihr hier, Takeoff für die Runway 2-4 ist schon ausgerechnet. Die Transition Altitude passen wir noch einmal an. In Deutschland immer 5000 Fuß. Und dann seht ihr hier auch schon unsere Takeoff Speeds. 109, 109, 113. Die werden wir dann gleich auch nochmal in unserem Computer bestätigen. Wenn das alles okay so ist, können wir uns noch einmal die VNAV Page angucken. Und da seht ihr jetzt, aktuell sind 700 Fuß in Altitude Select eingestellt. Das ist Magenta. Das heißt, der Flieger kümmert sich um diese Eingabe. Und wenn wir die bearbeiten wollen, dann müssen wir einmal hier hochgehen und bei Altitude Select entsprechend eine andere Höhe einstellen. Auf unserer Departure Route, auf der Warburg One Whisky, haben wir einen Initial Climb von 5000 Fuß. Den können wir eindrehen. Das sehen wir dann auch hier auf dem Primary Flight Display. Und ihr seht auch hier, wird das automatisch mit übernommen. Dann geben wir noch auf der Performance Cruise Page Seite. Das heißt, ihr müsst dann vielleicht auch zweimal auf die Performance Seite klicken. Unsere Reiseflughöhe ein. Und zwar sind das heute 19.000 Fuß. Geben wir hier bei der Cruising Altitude ein. Und wenn wir möchten, können wir dann hier auch noch den Wind unterwegs eingeben oder einen potenziellen Alternate. Für uns ist es zum Beispiel heute Hamburg. Das könnten wir dann hier noch eingeben. Ansonsten können wir auf der Progress Page noch einmal gucken, wie lange unser Flug heute dauern soll. Wir haben hier eine Distanz von 250 Meilen. Und wir sollen mit 560 Kilogramm Sprit ungefähr dann in Westerland ankommen. Wenn wir jetzt losfliegen würden, dann würden wir um 13.35 Uhr ankommen. Da wir jetzt aber noch in der Flugvorbereitung sind, wird es vermutlich mal ein bisschen später. Was wir jetzt noch einmal machen ist, wir gehen auf das RMS, das Radio Management System, und können jetzt hier unsere Frequenzen, die wir nachher brauchen, einstellen. Wir sind heute bei keinem Lotsen. Da wir auf Unicom unterwegs sind, drehen wir uns die 1228 ein. Das Ganze seht ihr hier oben auch direkt. Und wenn wir dann hier auf den Knopf drücken, können wir hier auch hin und her switchen. Zum einen könnt ihr die Eingaben hier unten machen. Zum anderen könnt ihr die aber auch hier oben direkt auf dem Bildschirm machen. Das ist ein Touchscreen. Ihr könnt also hier drauf tippen, dann hier einmal die 122.8 zum Beispiel eingeben, mit Enter bestätigen. Und dann seht ihr, haben wir das hier auch im Standby eingegeben. In unserem Fall haben wir jetzt die Clearance vom Lotsen bekommen. Wir sollen über die Warburg One Whisky Departure Route losfliegen, auf 5000 Fuß steigen. Und der Squawk für den heutigen Flug ist 1000. Das heißt, wir gehen hier auf den Transponder, geben 1000 ein, und können dann hier den Transponder Mode noch auf On stellen. Damit sind wir mit dem primären Flugplan jetzt schon mal fertig. Jetzt können wir nochmal zurück ins Menü gehen, auf das FMS, unter Init auf die Flightplan Init Seite, und jetzt hier den Secondary Flightplan aufrufen. Den Secondary Flightplan, den nutzen wir gleich dafür, um uns einen Return hier zum Flughafen Paderborn einzugeben. Das heißt, wenn was passieren sollte, dann fliegen wir hier zum Flugplatz zurück. Und deswegen bereiten wir uns einen Flugplan vor, der uns von Paderborn nach Paderborn führt. Und wenn wir dann wirklich, zum Beispiel wegen eines Engine Fires oder sowas, hier wieder zurückkommen müssen, haben wir den Flugplan dann schon vorbereitet. Und wenn wir es ganz genau machen wollen, können wir auch noch in die Secondary Performance hier gehen. Hier auch schon mal das Wetter eintragen, für den Fall, dass wir hier wieder landen. Dann sparen wir uns das Ganze in der Situation, dass wir einen Engine Failure haben, wo es ja ohnehin sehr dynamisch ist. Damit haben wir unsere Vorbereitungen in der MCDU soweit abgeschlossen. Und als nächstes wollen wir schon mal in die ersten Procedures reingucken. Und das Schöne ist, dass die ATR die Procedures hier direkt integriert mitliefert. Wenn wir hier auf unser Procedure Menü einmal drauf gucken, das wir hier auf dem Display sehen. Falls ihr das nicht seht, einfach hier unten einmal auf den Procedure Menü Knopf drücken. dann seht ihr, haben wir zum einen hier die Systems angezeigt, die in-op sind, aber hier unten dann auch Checklisten. Das sind immer die, die in weiß angezeigt werden. Das sind also Procedures, die wir noch machen müssen. Zum einen haben wir hier eine Final Cockpit Preparation Checklist 1 von 2 und eine Final Cockpit Preparation 2 von 2. Um hier jetzt zu navigieren, gehen wir einmal hier runter unterhalb von den Schubhebeln und dann haben wir hier diese Pfeiltasten. Mit den Pfeiltasten können wir nach oben und unten gehen. Das seht ihr hier oben. Und mit dem V hier unten, was übrigens für Validate steht, können wir eine Eingabe bestätigen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Final Cockpit Preparation 1 von 2 aufrufen wollen, scrollen wir mit den Pfeilen dorthin und bestätigen das dann mit dem V. Jetzt können wir uns das einmal durchlesen. Hier in dem Fall geht es jetzt vor allem um die Systeme, dass wir das alles einmal checken. Haben wir aber in unserem Fall ja eben schon gemacht. Das heißt, die können wir direkt bestätigen. Und dann kommen wir wieder zurück ins Menü von davor. Jetzt seht ihr wieder hier, das Procedure 2 von 2 ist noch offen. Das haben wir also noch nicht gemacht. Dann navigieren wir wieder hin, bestätigen das Ganze und dann können wir jetzt unsere erste Checkliste lesen. An der Stelle noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr im Tablet oben rechts auf die Optionen klickt, dann habt ihr unten die Möglichkeit, auf Display Klickspot Help zu klicken und dann kommt ihr auf diese Übersicht hier. Auf dieser Übersicht seht ihr alle Klickspots, die ihr benutzen könnt, um die Systeme und die Bildschirme zu bedienen. Wenn wir jetzt also die Checkliste bedienen, können wir auch einfach im Display unten links auf Up, Down oder Validate klicken, um dann durch die Checklisten durchzukommen. Habe ich leider erst im Nachhinein gemerkt, deswegen habe ich jetzt immer so komisch hoch und runter geguckt im Video. Für euch als kleiner Tipp, nutzt das am besten, dann ist das alles ein bisschen einfacher. Die Parking Brake ist engaged und Pressure ist checked. Parking Brake ist gesetzt und unsere Brake Pressure haben wir auch gecheckt. Um das Ganze jetzt wieder zu bestätigen, einfach hier auf das V drücken und dann seht ihr, wird der Punkt hier automatisch abgehakt. Altimeters sind set und checked. Wir haben gesagt QNH-1018, das haben wir gesetzt und wir haben auch ungefähr hier angezeigt, die Elevation vom Flughafen Paderborn. Bestätigen. Unsere Landing Elevation. Wir landen nachher auf Westerland, da haben wir eine Landing Elevation von 100 Fuß. Jetzt weiß ich nicht, ob der Flieger das automatisch macht, deswegen mache ich immer hier Source Select Manual und drehe dann hier die Landing Altitude ein, rund immer auf den nächsten Hunderter, in dem Fall also 100 Fuß. Und dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass der Flieger das macht. Ich glaube aber, dass es auch automatisch funktioniert. FMS, COM und NAV ist gesetzt. Die ersten zwei Sachen haben wir schon gesetzt und NAV könnten wir uns jetzt noch setzen, wenn wir es bräuchten, würden wir hier auf NAV drücken. Dann könnten wir hier noch NAV Frequenzen setzen. Das macht der Flieger aber auch ohnehin automatisch. Wenn wir es überschreiben wollen würden, würde das genauso funktionieren, wie mit den COM Frequenzen. Das haben wir also gecheckt. Und als nächstes unsere Fuel Quantity und der Fuel On Board. Wir haben das ja eben selber reingeladen, wissen also, dass das passt. Ansonsten würden wir es jetzt auch nochmal überprüfen. Engine Fuel Used Reset. Dafür gehen wir einmal hier rüber. Und die ATR ist gleich doppelt schlau. Die ruft uns auch hier direkt die Seiten auf, die wir brauchen. Und dann seht ihr hier Reset Fuel Used. Da drücken wir einmal drauf. Wenn wir das gemacht haben, können wir es hier unten abhacken. Und dann haben wir noch das Memo Panel, was wir gecheckt haben. Und unser Power Management sollen wir auf Takeoff setzen. Power Management ist auch so eine kleine Besonderheit von der ATR. Und zwar finden wir den Schalter dazu hier. Ihr seht, wir haben verschiedene Positionen. Takeoff, MCT, Max Continuous Thrust, Climb und Cruise. Wir wählen hier also prinzipiell einfach die Flugphase aus. Und jetzt in dem Fall, weil wir jetzt gleich den Takeoff machen, wählen wir erstmal Takeoff aus. Wenn wir dann im Steigflug sind, wählen wir Climb aus und dann später Cruise. In unserem Fall haben wir das Power Management auf Takeoff gesetzt. Dann können wir das bestätigen. Drücken nochmal für Procedure Complete. Und dann seht ihr, unsere nächste Checkliste ist die Before Propeller Rotation Checklist. Die können wir uns dann auch wieder ganz normal aufrufen, indem wir zwei Pfeile runtergehen, einmal bestätigen und dann haben wir hier schon das nächste Procedure. Währenddessen würden unsere Passagiere auf der linken Seite des Flugzeuges einsteigen und wir können uns jetzt schon mal dran machen, die GPU zu disconnecten, dass wir also nicht mehr auf die Ground Power Unit angewiesen sind. Dafür würden wir jetzt im großen Airliner einfach die APU starten. Das ist leider in der ATR ein bisschen anders. Die hat nämlich keine APU. Das macht aber überhaupt nichts, weil wir können unser rechtes Triebwerk auch als APU benutzen. Das Ganze wird möglich gemacht durch die vorhin schon angesprochene Propeller Brake. Und das ist prinzipiell eine Bremse, die direkt hinter unserem Propeller sitzt und dafür sorgen kann, dass der Propeller sich nicht dreht, obwohl das Triebwerk, was ja hinten dran hängt, ganz normal läuft. Das Ganze funktioniert nur für das rechte Triebwerk. Links wird er eingestiegen. Das heißt, das auf der rechten Seite macht er durchaus auch Sinn. Und wichtig ist halt jetzt, dass wenn wir diese Prop Brake nutzen wollen, das Ganze nur auf der rechten Seite tun können. Dieser Modus, in dem wir unser Triebwerk beziehungsweise unseren Propeller dann nutzen, nennt sich im Übrigen Hotel Mode. Falls ihr das also irgendwann mal hört, das ist genau das, dass wir also unseren rechten Propeller als APU benutzen, ohne dass sich dabei wirklich physisch der Propeller draußen dreht. Um das Procedure jetzt zu starten, machen wir einmal die rechte Engine Pump auf ON. Dann schalten wir das Wing Light auf ON. Dadurch haben wir also nochmal einen visuellen Hinweis von außerhalb vom Flugzeug, dass sich da jetzt gleich was tun wird. Und dann würden wir natürlich auch wie immer mit der Ground Crew einmal absprechen, dass wir unseren Propeller jetzt, auch wenn die Propeller Brake ja an ist, starten. Falls die aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren sollte, wollen wir ja nicht, dass da irgendjemand in der Nähe vom Triebwerk ist. Wichtig ist auch einmal zu checken, dass die Service Door auf der rechten Seite jetzt zu ist, weil auch für den Fall, dass sich das Triebwerk jetzt doch drehen sollte, da niemand zu Schaden kommt. Dann gehen wir hier ins Engine Start Panel. Das kommt uns ja vielleicht schon aus dem A310 bekannt vor. Und bei der ATR ist es so, beim ersten Flug des Tages nutzt man immer Start A und B. Und dann kommt es ein bisschen auf die Airline an. Bei manchen ist es so, dass man an geraden Tagen dann A nimmt, an ungeraden Tagen nimmt man B. Oder bei geraden Flugnummern nimmt man A und bei ungeraden Flugnummern nimmt man Ignition B. Das könnt ihr euch prinzipiell aussuchen. Da es ja jetzt eh der erste Flug des Tages ist, nehmen wir Start A und B. Und dann können wir jetzt hier auf der rechten Seite einmal den Starter anschmeißen. Und dann wechseln wir hier unten in die Sicht, gucken dann hier, dass sich unser NH-Prozentwert erhöht, warten so auf ungefähr 10% und dann können wir unseren Condition Leather hier auf Fetter stellen. Condition Leather ist auch sowas, das kennt man nur aus Propeller-Maschinen, ist prinzipiell die Neigung unseres Propellers. Und in unserem Fall müssen wir die jetzt also auf Fetter stellen. Das bedeutet, das Triebwerk bekommt auch Sprit. Das ist auch hiermit implementiert. Und das Triebwerk würde sich jetzt auch schon langsam drehen, wenn wir eben diese Propeller-Break nicht an hätten. Wenn wir jetzt aber mal rausgucken, seht ihr, der Propeller bewegt sich nicht. Die Propeller-Bremse funktioniert also so, wie sie es soll. Die Master-Caution-Warnung können wir hier einmal wegklicken. Ansonsten würden wir jetzt warten, bis die Passagiere eingestiegen sind und wir machen so lange unser Take-Off-Briefing. Wir wollen nachher hier in Paderborn einen Pushback machen, beziehungsweise einen Powerback machen und dann hier über den Taxiway Alpha rausrollen. Dann geht es über den Taxiway Alpha bis zum Holding Point für die Runway 2.4. Die Bahn ist dann 2180 Meter lang, also mehr als ausreichend lang für unseren Flug heute. Und dann können wir unseren Start auch jederzeit bis zur V1 abbrechen. Sollten wir schon zu schnell sein, dann würde es erstmal geradeaus gehen. Wir steigen auf 5000 Fuß. Damit sind wir über der MSA und dann lassen wir uns Radarvektoren geben für einen Anflug hier auf die Runway 2.4. Den Flugplan dazu haben wir uns im Secondary ja schon hinterlegt. Wenn alles nach Plan verläuft, fliegen wir auf der Warburg One Whisky Departure geradeaus auf 235 Grad bis 4,9 Meilen vom Paderborn DMI. Dann geht es in die Linkskurve aufs Radial 264 zum Warburg VOA und wir steigen dabei auf 5000 Fuß. Hier ist jetzt noch vorgeschrieben, dass wir mit mindestens 220 Fuß pro nautischer Meile, also umgerechnet 3,6 Prozent, bis 1500 Fuß steigen müssen. Und ansonsten, wenn wir das nicht könnten, müssten wir ATC einmal Bescheid sagen. Für uns ist das heute aber kein Problem. Dann können wir als nächstes schon mal unser Autopilot Panel hier oben vorbereiten. Und zwar drehen wir als allererstes mal unser Runway Heading ein. Wir haben ja schon gesagt, wir starten in Paderborn in Richtung Westen. Das ist die Runway 24. Das heißt, es wird irgendwas in Richtung 240 Grad sein. Und wir haben ja gerade das Briefing schon gemacht, haben gesehen, okay, geht erstmal raus in Richtung 235 Grad. Und die drehen wir uns als Heading einmal ein. Das Ganze könnt ihr hier unten übrigens bestätigen. Während hier oben den Drehknopf bewegt, sollte sich hier unten dann auch das alles anpassen. Mit Heading möchten wir dann noch erstmal starten. Wenn wir dann unterwegs sind, kann der Flieger dann auch auf NAV wechseln. Das heißt, wir haben zum einen jetzt Heading Select als aktiven Modus und LNAV als gearmten Modus. Das ist so ein bisschen die Logik, wie wir sie auch aus dem Airbus kennen. Das heißt, hier in diesem Flight Mode Enunciator sehen wir alle wichtigen Sachen, die unser Autopilot macht. Also sowohl in der lateralen Navigation als auch in der vertikalen Navigation. Und grün bedeutet immer, das ist der aktive Modus. Und blau bedeutet immer, der Modus ist gearmt. Wir fliegen also mit Heading Select und LNAV übernimmt dann, sobald es kann. Für den vertikalen Modus möchten wir jetzt erstmal Indicated Airspeed nutzen, IAS. Wählen das einmal aus. Dann seht ihr auch hier, IAS ist grün. Und dann können wir jetzt hier eine Geschwindigkeit festlegen. 132 Knoten ist für uns von Anfang erstmal okay. Können wir also direkt so lassen. Und dann möchten wir gerne, dass unser VNAV-Fad ja übernimmt, sobald das der Fall ist. Das heißt, als zweites wählen wir noch einmal VNAV aus. Und dann seht ihr auch hier wieder, VNAV IAS steht hier in blau. Das heißt auch, dass VNAV übernimmt dann, sobald es dazu in der Lage ist. Ansonsten, wenn wir hier die Geschwindigkeit ändern wollen, dann können wir hier am Speed Target entsprechend drehen. Und hier haben wir noch einen Knopf, wo wir dann auswählen können, ob wir die Speed Managed fliegen wollen oder ob wir die Speed dem Flieger überlassen möchten. Ansonsten sind unsere Fluggäste jetzt alle eingestiegen. Das heißt, wir können uns dran machen, den Flieger für den Pushback, beziehungsweise für den Powerback vorzubereiten. Ansonsten läuft unser rechter Propeller ja mittlerweile im Feather-Modus. Das heißt, wir können hier oben den Engine Start-Switch wieder auf aufstellen. Und jetzt ist es halt wichtig, dass wir unsere Elektrik, die wir von dem rechten Propeller bekommen, noch einmal für den Flieger freigeben. Das heißt, den DC Generator schalten wir einmal mit dazu und den AC Wild Generator schalten wir einmal mit dazu, dass der Flieger jetzt also nicht mehr nur auf die External Power angewiesen ist, sondern auch seine eigene Power verwenden kann. Wenn wir das gemacht haben, können wir die External Power hier abnehmen und auch einmal hier abnehmen. Ihr seht, der Flieger hat immer noch wunderbar Strom. Wir haben also alles richtig gemacht. Die Master Caution können wir hier canceln. Und dann, wenn alle eingestiegen sind, können wir auch die Ground Power entfernen, die Wheel Shocks entfernen, den Tailprop entfernen, vorne die Cargotür zumachen und auch hinten die Main Door für die Passagiere zumachen. Dann lesen wir jetzt noch die Before Propeller Rotation Checklist. Unser CDLS ist on. Unser FMS und die Takeoff Data sind confirmed. Das machen wir jetzt gleich noch einmal. Ihr seht, wenn wir den Punkt ausgewählt haben, geht hier auch direkt wieder die entsprechende Seite auf. Wir müssen jetzt hier einmal Confirm Takeoff Data drücken. Dann seht ihr, werden die Geschwindigkeiten hier auch grün und hier oben werden sie uns im Primary Flight Display entsprechend angezeigt. Das bestätigen wir. Dann haben wir unsere Trimmung. Die haben wir so gesetzt, wie wir sie gerne haben wollen für den Takeoff. Den Tailprop, den haben wir eben auch weggemacht. Der Tailprop, falls ihr das nicht kennt, das ist so eine kleine Stütze, die wir hinten am Heck ausfahren können. Und die sorgt dafür, dass der Flieger nicht nach hinten auf den Popo kippt. Wir steigen ja alle hinten aus dem Flugzeug aus. Und wenn sich dann viele Leute hinten aufhalten und wenig Leute vorne aufhalten, dann passiert es halt ganz schnell, dass der Flieger nach hinten kippt, weil der Schwerpunkt zu weit hinten ist. Und das soll eben der Tailprop verhindern. Den haben wir am Boden beim Boarding und beim Deboarding natürlich immer ausgefahren. Müssen den vorm Flug aber entsprechend wieder einfahren. Das haben wir gemacht. Dann können wir das einmal bestätigen. Und dann haben wir unsere Seedbells auch schon auf on gestellt. Und das Beacon Light schalten wir jetzt noch mit dazu. Damit ist das Procedure completed. Auch das bestätigen wir noch einmal. Dass wir es nicht vergessen, machen wir das Beacon Light auch gleich mit an. Und damit haben wir jetzt unsere Checkliste fertig gelesen und alles Wichtige für vor dem Triebwerkstart abgeschlossen. Wenn wir uns übrigens das Taxi nachher ein bisschen vereinfachen wollen, können wir einmal hier runter gehen. Dann hier die Map-Funktion auswählen. Und dann können wir nämlich hier, wenn wir entsprechend weit reinzoomen, uns das Airport Overlay auf dem Navigation Display anzeigen lassen. Das ist super cool. Ich meine, das ersetzt keine Taxikarten, aber so hat man zumindest einen groben Überblick darüber, wo man sich gerade am Flughafen aufhält. Wichtig ist halt nur, dass man nachher dann vom Takeoff dran denkt, hier entsprechend auch wieder das Navigation Display drauf zu schalten. Aber zum Taxeln finde ich ein ganz cooles Feature. Damit soll es das für den ersten Teil der Videoreihe gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes für euch mit dabei. Wenn noch irgendwas unklar ist oder ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, lasst es mich sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten schauen wir uns dann im nächsten Teil an, wie wir unsere Propeller anschmeißen, wie wir zur Startbahn rollen und wie wir dann unseren Takeoff machen, um endlich in Richtung Sylt loszukommen. Ansonsten schaut auch gerne mal bei Twitch vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Nachfliegen und always happy landings.